Willkommen zu einem neuen Video Leute, immer noch auf dem Weg zum Händler für die Erstinspektion, aber ich wollte auch mal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar wollte ich mal über das Thema sprechen, was sollte man machen, bevor man seinen Führerschein machen möchte, seinen Motorradführerschein. Denn die Anfrage habe ich bekommen von einigen Leuten jetzt bei Instagram, die haben nachgefragt, was ich so getan habe, bevor ich meinen Führerschein begonnen habe, oder gemacht habe. Und das waren so einige Sachen, und ich erzähle das jetzt auch ein bisschen frei Schnauze, ich habe da jetzt keinen Plan für ihr oder so, habe mir nichts vorbereitet. Quatsch, einfach mal drauf los, dachte ich mir. Und ich würde sagen, das Erste, was man macht, wenn man einen Motorradführerschein machen möchte, ist, sich richtig, richtig dick, geile Location für Fotos da vorne, sexy, Alter, richtig dick über Motorräder informieren. Also im Internet oder bei Freunden oder wie auch immer, da wo du wirklich einfach an Motorräder rankommst, einfach mal informieren, keine Ahnung, draufsetzen und ein bisschen fühlen, ja. Und mein erster Kontakt mit Motorrädern war tatsächlich, also natürlich schon bevor ich 16 war, aber eigentlich mit 16, und zwar war das auf der Intermot, da war ich dann mal. Und da durfte man nämlich eine Probefahrt machen, ohne Führerschein, ohne alles. Und das habe ich auch getan, und es war einfach wirklich mein allererster Motorradmoment und auch der geilste Motorradmoment. Und, nein, nicht der geilste Motorradmoment, aber einer meiner geilsten Motorradmomente, einfach nur, weil es das erste Mal war. Und da hat es mich schon echt so hart gecatcht, ja, und das war nicht mal, also es hat nicht mal so, die Strecke war nicht geil oder so, man durfte halt nur irgendwie so auf so einem Platz kreuz und quer fahren. Und es war einfach nur wirklich das erste Mal auf dem Motorrad, das erste Mal dieses Bike-Fühlen und so, das war wirklich der Moment, wo es mich gecatcht hat. Und ohne Scheiß, das motiviert einen so heftig, ich habe wirklich dann alles gegeben für den Motorradführerschein. Und vielleicht solltet ihr das vor dem Motorradführerschein auch machen, um einfach sicher zu gehen, ob das das Richtige für euch ist. Irgendwie die Möglichkeit finden, einmal Motorrad zu fahren, ja, in einer sicheren Umgebung, versichert, wie auch immer. Und einfach mal probieren, ja. Nicht, dass ihr dann irgendwie in der Fahrstuhl hängt und dann schon irgendwie 400, 500 Euro rausgegeben habt dafür und dann die erste Fahrstuhl habt und euch denkt, das ist nichts für mich. Vorher mal versuchen, einfach an ein Motorrad ranzukommen, wo ihr vielleicht mal so ein Ründchen mitfahren könnt, vielleicht beim Kollegen oder so, der da kulant ist oder einfach irgendwie ein Bike rumstehen hat, was eh mal umfallen darf oder so. Oder der euch einfach gut anleiten kann. Und da einfach mal wirklich nachfragen, Leute. Fragt einfach nach, fragen kostet nichts und wenn ihr nein sagt, ist nicht schlimm, Leute, akzeptiert es einfach und sucht weiter. Ihr werdet die Möglichkeit schon irgendwie bekommen. Versucht, das irgendwie auf Privatgelände abgezäunt. Wie gesagt, Intermot war halt eine geile Möglichkeit, weil da durftest du halt echt einfach mal ein bisschen rumfahren. Da war ein Instructor, der dir das erklärt hat und so. Perfekt, also es war wirklich perfekt und da hat es nicht gecatcht. Und in den zwei Jahren von 16 bis 18, da habe ich alles gegeben, Leute. Da habe ich wirklich mich informiert, welches Bike möchte ich haben, welche, was für eine Art von Bike und etc. pp. Und wie kriege ich so schnell wie möglich den Führerschein, ne? Und ich habe den Motorradführerschein dann einfach parallel zum Autoführerschein gemacht, was ja auch deutlich günstiger war damals noch. Ich habe, glaube ich, 800 Euro zusätzlich für den Motorradführerschein bezahlt. Und dann habe ich nämlich, ich habe am 11. April Geburtstag, Leute. Und ich habe am, ich glaube, das ist der 26. April, habe ich dann meinen Führerschein bekommen, weil TÜV-Termin und so, ne? Am liebsten natürlich zu meinem Geburtstag. Da wollte ich unbedingt schon mit dem Motorrad losfahren. Hat aber nicht geklappt. Und deswegen, deswegen einfach, ja, deswegen einfach, der 26. April, ich hatte auch schon vorher mein Bike zu Hause stehen. Ich musste wirklich noch am selben Tag, als ich den Führerschein bekommen habe, anmelden. Das habe ich auch getan. Und dann bin ich direkt losgedüst, Leute. Und da kommen wir auch dann zum nächsten Punkt. Und zwar, vielleicht organisiert ihr euch ja schon, bevor ihr den Führerschein habt, dann, wenn ihr euch eh schon sicher seid, ein Bike. Nur beim Besorgen ist wichtig natürlich, dass ihr auch wirklich Probefahrt und etc. alles hinkriegt. Und vielleicht fragt ihr da einen Kollegen, der schon einen Führerschein hat, ob der die Maschine für euch Probefahren kann und euch sagen kann, ob das Ding klar geht oder nicht. Ich habe das damals tatsächlich nicht gemacht. Einfach auf gut Glück quasi ein Bike geholt, gekauft. Und ja, hat zum Glück alles gestimmt. Also war nichts kaputt oder so. Und hat dementsprechend alles gepasst. Würde ich euch aber nicht empfehlen zu machen. Also auf gut Glück bitte nicht kaufen, Leute, sondern immer äußerst genau das Motorrad, was ihr gebraucht kauft, anschauen. Und vielleicht da auch schon der nächste Punkt. Holt euch erstmal ein Gebrauchtfahrzeug. Wenn ihr es vor dem Führerschein macht, holt euch ein Gebrauchtfahrzeug. Kauft euch nicht direkt ein Neufahrzeug. Mein Tipp jetzt. Oh, scheiße, ich hätte hier links abbiegen müssen. Verdammt. Wenn ihr das Ding mal hinschmeißt, ja, das passiert einfach, okay. Also ihr rutscht vielleicht auf Kies aus oder so eine Scheiße. Das passiert, Leute. Ihr macht euch Kratzer rein. Ja, dann ist das halt so. Und deswegen kauft euch bitte kein teures Neufahrzeug, sondern ein Gebrauchtfahrzeug. Wo einfach euer Portemonnaie auch nicht so drunter leiden muss. Ich meine, wenn ihr die Kohle habt, klar, kauft euch was Neues. Ich bin da auch überhaupt nicht gegen oder so. Nur, falls ihr jetzt nicht irgendwie unendlich Kohle da habt, ja, dann holt euch einfach ein Gebrauchtfahrzeug. Und habt damit erstmal Spaß. Denn ihr müsst erstmal eure ersten Fahrerfahrungen machen und so. Und da gibt es auch so einiges zu beachten, was in der Fahrschule nicht unbedingt sofort beigebracht wird. Ihr lernt dann natürlich das Fahren auf der Straße und so und wie man sich verhält, bla. Aber wenn ihr in Gruppen fahrt, da gibt es auch einige Regeln, die einfach nicht kommuniziert werden in der Fahrschule, ja. Und von daher wirklich, und da kann dann auch wirklich was passieren, ja. Und deswegen kauft euch erstmal ein Gebrauchtfahrzeug, was ihr auch mal hinlegen dürft, ja. Einfach gedanklich auch schon. Dann ist das Leiden auch nicht so hoch. Dann, was halt auch, finde ich, natürlich extrem wichtig ist, ist Schutzkleidung. Kauft euch die bitte vor dem Führerschein. Ihr braucht sowieso Schutzkleidung, wenn ihr mit der Fahrschule da euren Führerschein macht. Wenn die Fahrschule da irgendwie sagt, nee, ihr braucht keine Schutzkleidung, ja, dann sind die geisteskrank, Leute. Also geht bitte nicht ohne Schutzkleidung aufs Motorrad. Das ist echt unglaublich gefährlich. Und ihr verletzt euch da richtig, wenn ihr euch da hinlegt, ja. Also das wird nicht geil, okay. Und das wollt ihr ja auch nicht. Ihr wollt euch ja nicht hinlegen und dann könnt ihr nicht mehr den Führerschein machen. Ihr wollt euch, wenn ihr, weil das passiert ja gerade auch am Anfang am häufigsten, wenn ihr euch hinlegt, ja. Auch wenn es nicht unbedingt so schlimm ist, ja. Wenn man bei 30 kmh irgendwie ausrutscht und dann halt so, ich weiß nicht, 5 bis 10 Meter über den Asphalt rutscht, dann willst du nicht deine komplette Haut weggebrannt haben und dann irgendwie 3, 4, 5 Monate da am Heilungsprozess liegen, sondern du willst da einfach Leder haben oder Textilschutz. Und dann, ja, passiert dir gar nichts und du kannst morgen direkt weitermachen mit der Fahrstunde, ja. Dann musst du deine Mentalität noch da vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dass du keinen Schiss hast. Aber weißt du was? Dann kannst du direkt wieder losballern, so. Und wenn du jetzt aber halt übelst die Verletzung schiebst, ne, dann hast du einfach nur verkackt. Und das ist halt nicht geil. Deswegen, Thema Schutzkleidung, Leute, sollte ganz oben bei euch stehen. Genau. Was ist auch noch wichtig für vor dem Führerschein? Ja, also informiert euch über Fahrzeuge. Wirklich, Motorräder sind alle unterschiedlich von der Ergonomie, von der Haptik, von der Charakteristik der Motoren. Ja, das ist wirklich alles super, 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 super unterschiedlich. Kauft euch vielleicht am Anfang was Anfängerfreundliches, was nicht zu biestig ist erstmal, weil sonst ist das auch einfach gefährlich. Und gewöhnt euch so langsam als Motorradfahren an. Wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, auf dem Zweirad schon mal zu sitzen, versucht das auf jeden Fall, weil da könnt ihr direkt herausfinden, ob das wirklich euer Ding ist oder ob es irgendwie nicht so geil ist für euch. Ich meine, es gibt halt alles an unterschiedlichen Typen. Ja, ich fahre voll drauf ab, auf dem Motorrad zu fahren und ein anderer denkt sich so, nee, ich fahre lieber, keine Ahnung, BMWX oder so, keine Ahnung, oder ein Quad oder ein Trike oder was auch immer. Von daher, guckt, dass ihr eine Chance bekommt, einfach da ranzukommen. Ja. Genau, was ihr vielleicht auch noch vor dem Motorradführerschein machen könnt, sucht euch Leute, die auch Motorrad fahren. Ganz ehrlich, wenn ihr keinen kennt, in eurem Umkreis, der Motorrad fährt, scheiß drauf. Wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben YouTube, alles Mögliche. Es gibt in jeder Stadt, in jeder Region Motorradfahrer, die alle einfach heiß auf Motorrad fahren sind. Sucht euch da einfach ein paar Kollegen zusammen, ja, und, keine Ahnung, macht euch eine kleine Gang oder wie auch immer, mir egal. Und dann könnt ihr euch da so ein bisschen austauschen und so, das ist auch mega wichtig. Und ich finde auch, in Gruppen fahren ist noch was ganz anderes als alleine fahren, das macht richtig Bock. Sucht euch Freunde, wirklich, die auch Motorrad fahren, die Bock auf Motorrad haben. Und dann pusht das gleich direkt nochmal viel mehr, ja. Wann wird diese Ampel grün, Leute? Genau, Leute, also sucht euch wirklich Freunde, die auch Motorrad fahren, die Bock drauf haben. Vielleicht macht ihr ja sogar mit jemandem zusammen den Führerschein, dann ist einfach geiler zusammen als alleine. Ja, ich weiß gar nicht, ob mir noch viel mehr dazu einfällt, für vor dem Führerschein. Also Schutzkleidung wichtig, Freunde auch geil. Mal Berührungspunkte mit dem Motorrad haben, ja. Ja, ansonsten liegt es an euch, würde ich sagen, einfach wie ihr da vorankommt, was hier alles so ballert und wer hupen hier so scheiße. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video erstmal. Falls euch noch Sachen einfallen, die man vor dem Motorradführerschein machen sollte, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich denke mal, das würde vielleicht dem einen oder anderen helfen, der sich eventuell gerade damit beschäftigt und den Motorradführerschein machen möchte. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Euer Mungo Boy ist dann wieder mal unterwegs auf dem Moped und vielleicht sehen wir uns mal. Machen wir mal eine Tour gemeinsam oder sowas. Meldet euch einfach. Bis dahin. Ciao.